Nämlich, dass dieser Begriff zu heterogen ist, als dass man ihn eindeutig definieren könnte. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er so häufig bemüht wird. Genau. Hast des Ochselhaul. Können Sie nicht zu ihm mal was sagen? Dass man eben damit jeden Fehler, den man so macht, als so bin ich eben entschuldigen kann. Na genau, genau. Und zwar vor Andere. Nachmachen, was die anderen gesagt haben, das ist wichtig. Ich bin total glücklich, so wie es mir geht. Technik, Technik, Technik. Das ist irgendwie unabdent. Elon Musk, Steve Jobs und Virgin Chef Richard Branson, das seien die Leute. Ich bin kein Teil von einer Gruppe, ja?